Moin und hallo und willkommen zu einem neuen Video. Hier mit mir der Baum, das bin ich. Heute nehme ich mal ein kleines Video auf, wie ich hier mein Haus zeige und wir werden natürlich auch ein bisschen Baum. Ich habe schon eine Zeit lang nicht mehr mit Stimme aufgenommen, weil es nicht ging bei mir und jetzt funktioniert es wieder. Deshalb mache ich jetzt ab und zu wieder Videos mit Stimme. Streams kann ich leider nicht mehr machen, funktioniert leider nicht mehr. Ich versuche noch herauszufinden, ob es doch funktioniert. Mehr erfahrt ihr dann in den nächsten Videos. Also, habt ihr schon... Ich habe hier mal ein Video gemacht, das ist oben rechts verlinkt, wie ich dieses Haus bekommen habe, Zimmer zu vermieten. Ich kann hier sehen, ich zeige... Ich habe schon gerade gebaut, hier habe ich sogar noch ein Video vom letzten Event. Natürlich habe ich hier auch mein Auto. Habe ich auch beim letzten Event, also beim Weihnachtsmarkt in Game gewonnen. Diese Sau ist eigentlich 2.000 Robux wert. Also wenn man es mit Robux kauft. Wenn man es verkauft, ist es nur 21.000 wert. Also ich zeige es euch mal, wie es von drinnen aussieht. Natürlich ist Noobline, Toreas und Lookout dabei. Nur die machen gerade Rollenspiel, deshalb nehme ich hier mal selber auf. Ist das sogar schon? Naja. Das tut mir leid, dass Leck ist halt kein Beep-Server. Nächstes Mal mache ich auch ein Beep-Server. Ich denke, das geht doch nicht. Ja, in Ruhe. Die Videos. Ähm. Also, das sieht falsch aus. Die Tür ist einfach... Lol, hier ist einfach so ein Bock. Ja, ok. Ich hoffe, es leckt nicht bei euch, weil hier leckt es gerade Milch auf dem Server. Also ja, hier ist die Eingangshalle, sag ich mal. Hier bitte mal Hände waschen. Verdammt, diese Lecks. Ja, hier haben wir... Es tut mir leid, nicht mit den Lecks, aber es ist halt der Server, weil der groß ist. Wie viele schon wissen, gab es ja ein Map-Update, deshalb. Hier haben wir Kleider für Jacken abhängen. Hier baue ich natürlich noch... Hier noch ein schönes Bild. Und ja. Hier haben wir noch einen Heimraum, wo wir später noch anziehen werden. Ich habe hier nochmal das Gleiche. Hier ist Licht an und Ausstalter. Komm hier doch mal bei der Küche. Ja. Ganz groß, geräumig, modern. Hier habe ich noch nichts drinnen. Ich bin noch ein bisschen am Dekorieren. Hier ist Ventilator. Hier können wir Teller hinmachen und... Und hat so eine Spüle. Ja. Hier haben wir die andere Sachen. Mikrowelle, Saletten. Hier haben wir so ein Lager. Hier auch so ein kleines Lager. Ups. Nicht aussehen kann ich jetzt nicht sehr lang aufnehmen. Aber es geht schnell. Ich habe jetzt nicht so viel zu zeigen. Weil ich noch im Bautum. Noch wegen dem Lags. Ja. Hier haben wir so eine Spüle. Hier haben wir Ventilator. Das habe ich selbst gebaut. Also die Geräte. Ja. Aber hier diese Wand. Das habe ich hier extra hin gemacht. Damit die Küche hier genau passt. Und passt sogar. Schauen wir mal den Keller an. Im Keller habe ich eigentlich nichts gemacht. So ein Leuchtfeuer. Ja. Verbrenne mir ein bisschen. Also hier haben wir meinen Bunker. Mami´s Bunker. Wir haben hier eine Uhr. Ähm. Koch. Also den. Irgendwie konnte ich hier aus der Map schauen. Naja. Hier haben wir noch ein Fernsehen. Ich tue hier nichts mehr. Ja. Hier ist noch Licht. Hier Teller. Handtücher und so. Ich glaube wenn ich. Äh. Ja. Man kann aus der Map sehen. Cool. Leider kann man da nichts bauen. Jetzt hätten wir es ja gemacht. Naja. Ansonsten hat sich hier nichts verändert. Ich bin an Bauen. Ich spiele dieses Spiel jetzt nicht sehr. So oft. Deshalb. Ja. Gehen wir mal doch zum Wohnzimmer. Ja. Die ist hier. Hier hatte ich noch Trophäen. Pokale. Das habe ich jetzt wo anders gemacht. Zeige ich euch auch gleich. Hier ist mein Wohnzimmer. Sogar Zeit für Fernbedienung. Hier ist so. Ding. Fernsehen. Hier ist die Treppe nach oben. Sofas. Hier haben wir natürlich eine Terrasse. Ja. Diese Lichter mehr nicht. Also wie gesagt. Ich bin noch am Bauen. Ja. Hier haben wir unser Esszimmer. Da habe ich nur einen Tisch mit vier Stühle und so. Und hier ist jetzt das Wertvollste was ich habe. Ganz genau. Meine Trophäensammlung. Und hier habe ich. Alle die ich selbst gesammelt habe. Die gab es in einem Event. Da ist ein Code. Die zeigt sich auch ein Code. Der ist glaube ich auch ein Code. Das war beim Halloween gekriegt. Aber. Ich baue hier noch. Ich mache vielleicht noch ein Video. Wenn ihr noch mehr wollt mache ich halt ein zweites Video. Wie ich alles hier nochmal zeige. Wenn natürlich das meiste eingerichtet ist. Weil eingerichtet ist. Wir haben ja noch einen kleinen Raum. Hier unsere Geheimtür. Secret Home. Ja. Die Frage habe ich hier selbst hingemacht. Wirklich klein. Aber ganz grün. Hier aus. Jetzt raus. Das einzige Haus das. Einen Keller und so ein Türding hat. Ich habe es im Zimmer zu vermieten. Hübsch. Hübsch ist es. In Computern. Fernsehen. Doppelbett. Das war alles sogar sehr teuer. Und ich sehe mein Geld. Ok. Schon viel. Aber trotzdem. Sollte ich nicht viel verschwenden. Hier einfach so ein Bett. Und dann schlafen wir mal hier. Hier haben wir natürlich ein Gaming Zimmer. Und ich habe ja fast vergessen. Ja hier kann man mit dem PS und so zocken. Und hier ist mein kleines YouTube Zimmer. Wo ich immer mal meine Videos aufnehme. Wie gerade jetzt. Und ja. Ich habe noch eine Aussicht. Und eigentlich habe ich hier oben schon sehr gut. In diesem Raum hat diese Räume noch nichts. Bin ja noch am bauen. Hier zur Terrasse hat es eigentlich auch noch nichts. Wenn ihr schon gemerkt habt. Habt. Ist hier irgendwas komisch. Weil hier ähm. Ist irgendwie viel zu flach für solche Steuern. Hier ist sogar unsicher. Ich schlage jetzt. Ja. Ist irgendwie ein Trick oder so. Von innen habe ich glaub alles gezeigt. Was ich wollte. Wenn ich. Verdammt. Das geht doch. Komm schon. Man kann fängt ja auch aufs Dach. Natürlich geht es nach. Natürlich geht es nie. Wenn ich jetzt will. Ja. Ihr seht die ruhig Rutsch immer aus. Ok. 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 Ich schlitze auch. Ich... 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 Ich mach mal nichts. Ich mach hier im Geist. Oh. Ja Ok. Hilft dir jetzt auch nicht sehr viel, aber... Wie kommen denn? Ja. Ihr könnt ja aufs Dach natürlich. schön ich zeige euch mal was ich ja schon am anfang des videos gesehen habt meine selbst gebaute garage die war sogar sehr schwer zu bauen mühsam teuer hat sich zum modernen eigentlich war es das hier mit dem haus natürlich richtig noch mehr ein könnt ihr auch mal wenn ihr gerade gehört habt habt ihr ja wie ihr sagt ein krimineller ja ich nehm gerade auf aber stürzt ja also leute eigentlich war es das mit dem wie ich das ende jetzt nicht wenn ihr dieses video sieht habe ich schon ein anderes hochgeladen was ich noch verarbeiten muss wenn ihr mal bock habt zu sehen wie ich ein video zusammenschneide schreibt mir doch gerne in den kommentaren und lasst ein like da abonniert gerne stehen kurz dafür auf die 100 abos noch neun oder zehn abonnenten danach haben hier mache ich so ein kleines special und ja also wir sehen uns dann auch beim nächsten video das morgen bestimmt schon kommt so tschat leute bis zum nächsten mal